Beim letzten mal hatten wir hier noch gekämpft wenn ich mich nicht irre und dann hatten wir da oben noch mal geguckt gehabt das machen wir jetzt aber gerne noch mal und ich glaube den letzten stream hatten wir auch hier oben beendet aber wir gehen noch mal hoch wir gucken uns noch mal die aussicht an das ist auf jeden fall ein aussichtsturm hier könnten wir natürlich noch mal ins horn pusten geht leider nicht da gibt es kirsch mit 99 cent pro 100 gramm oder sky kirschen da sagst du was kirschen ist eine geile idee Kirschen sind eine gute idee so wir gehen hier runter und dann gucken wir mal wir haben ja den nächsten riesen bereits vor uns das ist ja glaube ich ein ein wasserriese glaube ich hieß es ja den holen wir uns ich weiß noch gerade nicht wo die junge dame ist oder beziehungsweise ob wir hier schon alles mitgenommen hatten denn wie ich anfangs schon sagte hatten wir hier erstmal einen kampf gehabt und jetzt schauen wir mal ob wir hier irgendwie noch ein gesicht finden oder einen totem oder sonst irgendwas die sichter sind ja immer so ein bisschen tricky versteht guck mal da das sieht schon wieder nach Platzversicht bei Aldi für 1,11 Euro Eieiei bei euch zumindest ne und das ist zum beispiel was wieso sieht das so aus Platz für sich meinst du ja oh wieder ein schöner cool okay und oh See you well, I need you in it. The world has changed. It's different now. The rain has stopped. Boah. Find a way to see. Can you see? Alter, sieht das krass aus. Okay, ähm. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das zusammenfinden. Ich finde das sieht ein bisschen danach aus, aber das ist bestimmt nicht gemeint. Okay, ich dachte tatsächlich, wir müssen das gucken, was wir da oben haben. Aber es ist ja tatsächlich das gelbe hier. Deswegen sticht das auch so heraus. Okay. 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 ich glaube ich verstehe andere seite ihn beobachten dann ändert er den wieder dann haben wir ich glaube das ist der zweite teil naja genau haben wir noch den letzten warte ich muss hier irgendwo rumnähen jetzt kommen wir natürlich auch irgendwo durch ich komme hier irgendwo na guck mal an guck mal Und in. Wir müssen also wieder dann zu den Verborgenen. Da sind nicht mehr viele Geschichten, ne? Drei jetzt noch bei dem. Ne, hier komme ich nicht hoch. Ich dachte, hier kam ich auch lang, aber das komme ich gar nicht. Schade, es geht nur hier lang her. Umsonsten nur das hier, okay. Da hinten wartet auch die Begleitung. Wie hieß die denn noch? Die hat uns ja gefragt wegen dem Riesen, ne? Aber da oben wartet sie ja. Ich frage mich, wo der Riese sich versteckt. Wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal gehört, aber noch nicht einmal gesehen. Ich frage mich. 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 Ich frage mich, wie es anders sein kann. Ich frage mich. Du musst die gebrochenen Schilden finden. Und dann? Hm. Sie geht einfach weiter. Alles klar. Ich frage mich. Du bist nicht hier gekommen? Es ist etwas, ich muss finden. Was? Wieso du kommst nicht? Kann ich hier hochgehen oder? Haben wir jetzt da oben irgendwas verpasst? Ich weiß das gar nicht. Das sieht schon wieder aus, als würde hier irgendwie irgendwelche Halluzinationen auf uns warten. Also einfach, wenn wir da wahrscheinlich nicht reinkommen. Ja. Ah ja, erstmal das Symbol. Drei Teile. Lass uns erstmal ein bisschen umgucken hier. Ja. 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 Jetzt ist hier zwar aber hier ist offen. Das war Nummer 1. Guck mal, was ist, wenn ich jetzt hier... Ich glaube, das bringt uns nicht wirklich weiter hier, ne? Ne, das Ding ist zu. Ne, das geht noch so nicht weiter. Ach, da hinten ist ja auch noch was. Okay. Ich habe gedacht, das spielt sich alles nur hier vorne ab, aber da ganz hinten ist ja auch noch was. So, dann haben wir erstmal... Nehmen wir uns erstmal den hier zurück. Gehen einmal hier hoch. Dann ist der hier weg. Dann haben wir den. Dann müssen wir da rüber. Würde ich zumindest sagen. Und das hat sogar geklappt. Ich habe gedacht, das wäre zu weit weg. Ja, 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 finde das Symbol und du findest uns. Ja, ja, ja. Genau das ist der Plan, Kollege. Genau das ist der Plan. Ja, das ist der Plan. Du bist sicher, dass du es wissen willst. Ich könnte. Ich geh da nochmal hin. Vielleicht ist da noch irgendwo ein Gesicht oder sowas. Auf der anderen Seite. Ich hab mir die andere Seite der Hütte gar nicht angeguckt. Aber ich glaube fast nicht, weil ich denke, dass es bei diesen Rätseln nie sowas gab. Naja, hier ist nix. Boah, nachts ist schon geil hier, ne? Mit den Nordlichtern. Wann den Nordlichtern? das sind nicht hier drin wenn ich hier so durch geht ach guck mal das ist noch ein geheimer gang was werden wir denn hier finden ein totem was wir fast verpasst hätten die skald sei grettir wounded by seither was noch so weak it was possible for his enemies to defeat him under cover of night thorbjörn and his men attacked his shelter they tried to disarm him but he clung so firmly to his sword cars loom that they had to cut off his arm to get it free then they used his sword to cut off his head and the lands mightiest outlaw was dead was da steht hier einfach irgendwo noch so ein totem rum ne das war glaube ich wenn ich das richtig gesehen habe sogar das vorletzte und dann ist ja auch noch ein gesicht davon haben wir aber noch zwei dann so these people know that the sea god ran setz out nets to trap sailors and track them to her world she sends the waves her daughters to wreck boats so she will have more men to take and jealously she pulls them down beneath the water okay okay die beiden waren jetzt richtig gut versteckt finde ich jetzt kann ich gerade nicht mal sagen ob wir wirklich die anderen auf also ob uns sich sogar ein baum fehlt ich weiß nicht ob das immer gleich ist aber das werden wir wahrscheinlich am ende sehen ob wir alles haben aber nun gut ich würde sagen wir gehen hier durch rein in die höhle gut